x kairo ist blockiert wieder stör sender 2 hier ja da kommen sie rein ganz oben er versucht durch die treppe zu wollen da werden sie kommen jetzt geht runter geht raus nicht alle er tritt guckt nicht 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 alles pass auf wir kommen bei mir wie viele störse in der punkt ich bekomme arbeiter da wurde aufgemacht das war verdammt noch einer äh da wird schafft du schafft kreuz könntest du beim treppenhaushauen ja das war für euch danke einer verletzt dann wieder wieder drei leute verletzt nein drei leute sind oben verletzt ja mastermonkeys essen mastermonkeys essen ach so ok jetzt spielen wir jetzt mit Rang oder sollen wir erst einmal aufwärmen nein 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 aber dann erwartet ihr dürft echt nichts von mir erwarten hallo ich spiele mit Mario Rang also wenn Team kill dann bitte Chris ok der bringt sich aber der macht einen walk-button ja und das ist klang gegen klang und das ist guter klang Die haben 130er Level Ich brauche also die wissen The möchte auch noch rein strate wie du warst du denn nein ich wurde rausgeschmissen úll host wendungen ist echt was ist der klang ha funds Nein, wir spielen jetzt nicht gerade. Wir spielen gerade mit Mastermonk. Nein! Ich bin dem AFK-Spieler jetzt. Nein! Ja, GG gegen Fünfer-Clan. Schwür, zu viert gerade. Nein! Also, wir spielen schon. GG! Ja, jetzt mal Weltpüree von oben. Jetzt könntest du schnell... Nein, jetzt nicht mehr, Chris. Das hier ist hin nach oben wieder, ganz oben. Okay, versagt mir, wenn er bei der Trip ist, dann Fuse ich da rein. Vorsicht, übernimm ich ihn. Nein, ich bin nicht mehr, Chris. Das war schnell. Egal, ich hab ihn gehört. Ich hab die Drohne wahrscheinlich zerstört, aber ich hab den erwischt, also... Ich bin überrascht von mir selber. Ach, Scheiß, das Gefühl kenne ich nicht. Nein, da ist auch Strom nach, Fuck. Was? Noch 50. Wir müssen alle jetzt rein. Push, push. 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 Ach, Scheiß, der war hinter mir. Nein! Woah, shit! Ich darf's jetzt verschissen. Ich darf's jetzt verschissen. Guckt euch das, guckt euch das erstmal an. Ich darf's. Alter. Und das war no scope, ey. Woah. Rechts! Clemens. Jungs, tut er ernst? Boah, Clemens. Ihr hört's doch auch noch. Bei mir, bei mir kommt was? Bei einer Kamera. Montanja im Nachbarraum. Christa in dem Raum, Montanja. Oh, der schießt blind durch, im Shit. Woll doch einfach gehen. Er bringt ja was. Die SMG ist auch so schnell weg. Ja. Ey, links hinter dir war noch einer. Junge! Mann, ist doch egal. Ich hab keine Muni mehr, vielleicht. Doc! Also immer irgendwas gehöre ich von dir. Ja. Denn... Ich hab assist. Aber er hat beziehst auf den... Und hat sich genau in dem Moment, wo du abtrickst geduckt. Das ist mies. Ja. Ja. Da, darf jetzt was aufgemacht. Glaub ich rechts. Genau, ja da, da ist was. Da, äh! Bruh, links. Bruh. Ich hab zwar keine Kamera. Ich kann dir nicht helfen. Bruh. Du hast mich verletzt. Nein, macht's auch nicht so spannend. Ich seh auch nicht, dass du dich verletzt hast. Mach's. 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 Spannend. Gut gemacht, gut gemacht. Best of. Okay, ich nimm das jetzt auf. Meine Güte. Ich. Oh Mann. Kannst, kann einer mal hier... Da unten mal ausschießen? Wo sind die keine Treppe? Die Treppe? Hast du keine Shotgun? Die Treppe? Hast du keine Shotgun? Für Geld. Du willst einfach, dass ich dich in die Highlights einschneide, ne? Ja. Äh, hier vorne bei mir ist einer, ne? Cool. Wo ist das? Jetzt ist er drin! 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 Jetzt ist er bei mir! Hinten bei mir! Und da ist Fenster offen! Alex, da ist Fenster offen! Ah! Hinter dir! Alter, hab ich doch gar nicht gesehen! Oh Mann. Oh, ich komm nicht. Er läuft noch da rum! Er ist verletzt! Ich hab ihn verletzt geschickt! Ich hab ihn verletzt! Ist ne Drohne unter dir, was? Oh Mann. Die Klaus-Mail ist echt das Ace. Ja. Er ist saugeil wenn ich dann irgendwann wiederbeleben würde. Stimmt, du lebst ja noch! Ja! Ich hab überlebt! 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 Ich bin nicht gestorben! Ich bin nicht gestorben! Ich bin nicht gestorben! Ich weiß gar nicht mehr, dass du noch lebst. ich habe oder er hat auch er war auch ab ich bin gestorben warum nicht ich bin was denn da los das hätte er zu übernehmen Hahahaha Jetzt noch einer Weil ich gerade eben einer schossen hab, ist noch einer so an der Bange Weiter abgemacht Okay, gut, hast ihn Noch einer Okay, ist tot Aber drei ist der ecke Mach weiter, mach weiter links, Michi Genau weiter da Ich bin tot, warum auch Wie er hat er mich jetzt gekriegt Warte, einer liegt Und guckt unter den Tüchels durch, Chris In der rechten Ecke ganz, ne? Auch einer ist in der Raum, ist einer ist in der Raum Ich hab ihn Den meinte ich Nee, nee, da sterb ich eher Oh! In... Ähm... Hast du reingekonnt? Was? Äh... Ey, der hat der da Hat sich okay da Irgendwo rechts Achtung, ich mach da jetzt Auf! Einer slow Ja, der war das Ja, der war das Die Wand, Chris, die meinte ich jetzt, dass die jetzt offen ist, die ist okay, ne? Ja Richtig gut reingucken Wie hat er mich getroffen? Er war blind Er war einfach blind Er war einfach blind Er war blind Nö, das ist nö. Ich hoffe, er ist gut. Guck dir hier. Er liegt doch da, Shrike, Alter. Also, Arz, er schweigt, er ist die ganze Heiz der anderen. Ich bin kurz da. Guck, guck, guck. Ja, guck, guck, guck. Ich dachte, deshalb dachte ich irgendwo an die andere Seite. Guck, guck, guck. Wir haben noch 25. Jungen. Was? C4! Alex! Du kannst oben! Ich kann doch nix! Geh durch! Ah! Was war das? Ihr könnt mich doch nicht allein lassen! Ja, da kam jemand von oben bei mir. Hat doch nix! Meinst du, fürs Team wieder? Aber... Ihr könnt mich doch nicht allein lassen! Was? Das war ein Fail. So, als ob die's extra gemacht hätten. Ja, ihr habt das doch extra gemacht. Ja, ihr macht das mal, du schaust das mal. Von der Absicht.